Gut, herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Need for Speed Underground 2. Im letzten Part haben wir aufgehört, weil es ein wenig geruckelt hat. Ja, weil es sehr stark geruckelt hat. Ich entschuldige mich nochmals. Ich habe bis jetzt immer noch nicht rausgefunden, woran es gelegen hat. Ich hoffe, das war nicht schon ein paar Parts früher, sondern war es derzeit in dem einen Part. Jetzt läuft es, oder? Jetzt läuft es. Sag mal, warum hat das Aufnahmeprogramm die eine Einstellung selbstständig geändert? Jetzt kommt auch nicht einmal mehr die Meldung, zu hohe CBU-Auslasten in den letzten Parts andauern. Das ist aber schlecht. Und jetzt sind jetzt alle Parts so schlecht. Gut, muss ich mich jetzt nochmal anschauen, dann unbedingt danach. Wie immer, ich bin die größte Pfeife hier beim Fahren. Wir sind natürlich in der letzten Folge vom Thema abgekommen, nämlich Kinofilme-Kurve. Entschuldigung, insbesondere Star Wars. Die nächsten drei Teile, die kommen sollen, kommen werden mit neuen, alten Bekannten, so in etwa. Klar gibt es neue Charaktere, weil Luke und so, die kann man natürlich nicht weiterführen. Oder vielleicht schon. Wer weiß. Eine wird weitergeführt, ein alter Bekannte. Pan Solo. Harrison Ford natürlich. Ist wieder mit von der Partie. Chewbacca natürlich. R2-D2 und C-3PO. C-3PO, genau. Überraschende war ja für uns, dass wirklich Harrison Ford wieder mitfahren der Partie ist, weil der ist jetzt mittlerweile auch schon über 50, ne? Und da lässt es halt mal dann die Gesundheit auch nach, ne? Aber dass er noch so fit war, mitzumachen, war schon sehr gut. Es verleiht wahrscheinlich dem Film auch eine gewisse Stimmung. Dass diese Person mit dabei ist. War ja bei drei Teilen. Genau, bei drei Teilen war sie mit dabei. Das waren sehr gute Teile. Momentan läuft auch einer im Fernsehen, ja, im Hintergrund hier, aber den habe ich mal pausiert und habe gedacht, ich nehme schnell noch zwei Stunden Videos hier auf. Also ich habe jetzt mit dem Spiel aufgenommen und danach schaue ich mich da was an. Genau. Und vielleicht dann noch Fast and Furious 7, wer weiß. Das ist ja auch so eine Tatsache, ne? wo sich nicht abstreiten lässt, meiner Meinung nach. Wenn man ja Fast and Furious 7 angeschaut hat und das Ende gesehen hat, dass der Uhr plötzlich nach dem Tod von Paul Walker das Ende umgeschrieben wurde. Das ist ja so auffällig, oder? Oder was meint ihr? Das hier ist doch absolut... Ich finde es ja scheiße. Mal... Das ist zum Kotzen hier. Was auffällig ist, ist, dass es eine Zwischensequenz gibt, wo der schwergewichtige Hawk den geheimen Spitzel von irgendeinem Land, das nicht... dass es nicht haben darf... den Haar hat... oder den haben... den haben wir offiziell ja gar nicht, den Spitzel... einsperrt. Das wäre genau das Ende gewesen. Und dann kommt auf einmal noch eine Szene, wo Paul Walker... die Szene hat natürlich seinen Bruder fertig aufgenommen, weil die ist nach dem Tod noch dazukommen. So sozusagen in den Ruhestand geschickt wird. der Charakter. Das war auf jeden Fall sehr gut inszeniert. Aber meiner Meinung nach... hätte ich nicht geändert den Schluss. Aber gut. Sag mal, das ist doch so ein Scheißen im Aufnahmeprogramm. Jetzt läuft es alles. Jetzt haben wir durchgängig die 60 FPS. Dann passen ja alle anderen neuen Parts, die ich bisher aufgenommen habe, nicht. Und... Ach man, ey. Kann das nicht einfach mal vernünftig laufen? Dann... Dann machen wir noch eine URL-Rennen. Dann ist Feierabend. Ich muss erst mal die ganzen Videos kontrollieren, weil das sollte eigentlich nur eine Testaufnahme sein, aber ich hätte mir gedacht, das können wir jetzt auch gar fertig aufnehmen, wenn das schon mal läuft. Dugeln tut es auch nicht mehr. Ach, das ist jetzt zum Kotzen. Alles zum Kotzen mittlerweile. Das Zeug nicht hundertprozentig auf Anhieb läuft. Okay, diesmal ist die Strecke noch richtig rum. Ist ja schon mal vom Vorteil. Drei Runden, jawohl. Ist auch schon mal besser wie vier. Auf Seiten da. Die müssen wir jetzt mal überholen. Ein Vetter von sechs, das ist schon ziemlich schlecht. Aber wir brauchen ja nicht mehr Nitro, um die zu überholen und zu pfeifen. Weil der Wagen einfach wesentlich schneller ist. Wenn wir noch Nitro geben, das sind wir ja gleich hier auf 200. Aber zu viel Nitro darf man auch nicht geben in dem Gebiet, weil sonst fahren wir ja gleich mehr gegen den Wand. Was gibt es noch so wenig zu sagen? Naja gut. Falls alle neun Parts wirklich so schlecht sind, dann klar ist, ich kann sie nicht neu aufnehmen. Weil ist alles schon gespeichert. Das heißt, ich schneide die dann alle zusammen zu einem großen Video oder veröffentliche alle direkt hintereinander und beschrifte es mit schlechter Videokalität. Falls einer irgendwelche Details dann wissen will, die stehen dann drin, aber die kann man dann noch sehen, sehr ruckelhaft, aber sonst. Ich hoffe natürlich, das passt soweit, dass gleich das erste Video so versaut ist. Gut, dass mir das zumindest jetzt aufgefallen ist, weil sonst wird das Video auf jeden Fall noch versaut. Jetzt habe ich kein Problem, jetzt steht nicht einmal dort eine rote Bemerkung. Das ist so sch... Das ist so ein bisschen... So verarschener. Das ist, weil heute kam ein Update vom Aufnahmeprogramm. Kurz vor der Aufnahme natürlich, wie hätte es anders sein sollen? Jetzt habe ich nur schnell installiert. Und... Klar. Ich hätte es gedacht, dass natürlich alle Einstellungen anders sind. Sound-Einstellungen haben gepasst. Nur natürlich Video-Einstellungen nicht. Klar, die ändern sich ja auch. Das war ja schon das Rennen schon wieder. Okay. Gibt es noch einen Rennen? Ja, passt s. Eigentlich passt s sehr gut. Schauen wir mal, wie es wird. Anfänglich, da brauchen wir auf jeden Fall kein Nitro geben. Jawohl, sehr gut. Wir haben gleich mal den Vorteil ausgenutzt, die anderen abzudrängen, um selber gut um die Kurven heranzukommen. Ja, genau. Keine einzigen Ruckler, das ist nicht das. Man muss ja sagen, ich habe wirklich meine allerersten Videos, wo ich aufgenommen habe und auf den Kanal hochgenommen habe, habe ich auch noch anders aufgenommen alles noch. Da gab es wirklich auch noch Ruckler, aber... Die wirklichen Parts mit wirklichen Rucklern, die habt ihr nie gesehen. Die habe ich meistens dann neu aufgenommen. Weil ich ja bei anderen Projekten, wie City, Skalines, eigentlich immer nur zwei, drei Folgen aufnehme. Und meistens dann noch den alten Speicherstand auch habe. Aber hier ist mit dem Speichern ganz schwierig. Und da nimmt man meistens nicht nur ein, zwei Folgen auf, sondern da nimmt man gleich fünf, sechs Stück. Und das kann man natürlich dann immer herholen, ist schon ganz klar. Das war natürlich... Ja gut. Wenn alle Folgen wirklich so schlecht sind, dass man es gar nicht anschauen kann. Dann werde ich es alle... Die werde ich alle zur gleichen Zeit veröffentlichen. Zu einer total ungewöhnlichen Zeit. Die werde ich sie veröffentlichen. Und wer es dazu schreiben, groß und fett in der Videobeschreibung gleich zum Start. Und auch in den Titel reinschreiben. Weil ab der Folge dürfte es jetzt wieder passen. Ich habe jetzt die Einstellung geändert. Ich habe ja den einen Part, habe ich mir ja gerade angesehen, da war ja das war ja eine Katastrophe. Ich werde so und so schauen, welche Parts, wenn alle versaut sind, welche brauchen wir überhaupt und welche können wir nicht einfach löschen. Aber gut, fahren wir noch das Nächste dann in. Ach nee, nicht schon wieder die Kurven. Die mache ich doch nicht. Genau dem Grund, da verbremst ich mich meistens. Ich muss schon sagen, dass wir leistungstechnisch mithalten können. Mit einem Opel sozusagen. Aber gut, in dem Spiel waren eigentlich nur solche, ich sage jetzt mal, billige Parken drin. So was wie Porsche, Lamborghini, Corvette, Ferrari waren nie drin. Solche Marken kamen erst mit dem Nachfolger Most Wanted hinzu. Ferrari war eine lange Zeit nicht dabei, muss man sagen. Jetzt kam erst mit Rivals wieder dazu, genau. Sollte natürlich im neuen Need for Speed auch drin sein, ganz klar. Ich bin hier gespannt, ob die es wieder geschafft haben, die Lizenzen von dem Wagen wirklich so 1 zu 1 zu bekommen. Ich denke schon, aber das Spiel scheint schon bessere Eindrücke zu hinterlassen, wie die Wägen. Ich hoffe natürlich, da sind auch so Autos dabei, wie VW Golf oder so, ne? Oder Opel Corsa zum Beispiel, Ford Focus. Solche Autos, solche Autos auch dabei sind, so ganz kleine, ne? Man anfängt dich wirklich mit so, was heißt es mal, so Billow-Wagen rumfährt, ne? Und später dann wirklich als die Corvette oder die Lamborghini, Porsche irgendwas leisten kann, ne? Das wäre ja scheiße, wenn du uns da von Anfang an den besten Wagen gleich leisten kannst. Gut, nach dem Rennen beenden wir auch gleich noch die Folge. Ein paar Themen haben wir halt noch gar zu Ende angesprochen in der Folge von der letzten Folge. Und ich hoffe natürlich, die ersten Folgen passen, weil bei letztem habe ich jetzt ein Riesenproblem. Wobei, ich könnte es neu aufnehmen, ne? Stimmt. Ich könnte es neu aufnehmen. Wäre kein Problem. Ich habe ja gestern erst vor meinem, oder vorgestern erst vor meinem PC Backup gezogen, ne? 1 zu 1 Backup von allen Dateien. Also das heißt, der Speicherordner von Need for Speed, Anacron 2, hat noch den alten Stand. Das heißt, den könnten wir wieder herholen. Falls alle Videos so schlecht sind, falls nur das eine so schlecht ist, mache ich es natürlich nicht. Dann kennzeichnlich ist das, oder ihr seht es gar nicht. Oder ihr seht es nicht. Gut. An der Stelle folgen Ende mal wieder. Euch nur einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.